Und ein herzliches Willkommen zurück bei Nier Automata aus dem Vergnügungspark. Okay, ich hatte jetzt gedacht, die Musik, weil die eben gerade so schön hochging, dass dann pompös irgendwas passiert ist. Ja, ich habe schon gemeint, Nier Automata. Aber gut, okay. War wohl doch nicht so. Ich bin von Nier, Gameplayers als Hobby und ja, wir wollten hier einen Panzer kaputt machen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Kämpfe für mich. Machen wir den hier wohl als erstes noch gut, oder? Alter! Alter! Ja. Ja. Okay, direkt mal heilen. Geht doch! Oh, was haben wir denn da? Was ist das denn? Was ist das? Ein Kristall? Ein Kernfragment des Maschinenwesens. Und Strukturen spricht da einem Pflanzenzettel. Ein Maschinenkern. Das klingt doch schon mal interessant. Das kann man bestimmt sehr gut gebrauchen. Ein Zersplitterter Orian. Okay. Was ist das? Die Maschinen durften sowas natürlich nicht verstehen, ja. Da hat er hinter keinen Sinn verstehen. Wir sind nicht so auf Gefühle aus, merkst du das nicht? Okay, wir müssen eine Achterbahn fahren. Ja, das ist ja geil. Lass uns mal Achterbahn fahren. Bin erster, ich sitze ganz vorn. Und wo ist meine andere? Kommt die nicht mit? Schade. Da, dass man nicht rumgucken kann. Toll, wir greifen jetzt an. Soll erster, ich bin nicht rumgucken. Da, der wir rausgen. Was ist das? Oh, wir haben das jetzt irgendwie gesehen. Ah, doch, Videosequenz. Ich wusste, so ein Mist. Okay. Wieso Alarm? Ausweichsdistanz plus 1 erhält. Okay. Warum Alarm bei Widerstandsleuten? Die gehören auch dann zu uns. Was erwartet uns? Okay. Eine Opernsängerin? Mahnung. Oh, das ist das. Wir haben hier eine 15. Let's see. Oha! Oha! Ok. Oho! Hier braucht man aber viele Stärkungsgegenstände. Also in dem Spiel meine ich jetzt generell. Das hat man ja direkt verloren. Wow! Alter! Ja wirklich, so eine Schnelltaste wäre gar nicht mal so verkehrt für sowas hier. Vielleicht gibt es das ja auch. Nur ich weiß noch von nichts. Was ist das so, was ich gerade da? Okay. Ah! Ah! Oha! 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 Alter, wie soll man das denn überlegen? Schieß doch mal in die andere Richtung. Wo geht die hin? Was hat die vor? Oh, oh, jetzt kommt's. Oh, 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 oh. Was ist jetzt los? Oh, oh. Oh, oh. Oh, okay. Okay. Diffin skate. Uhhh. Whoa. Whoa. Ich habe die Ausstellung des Hacking-Pattern durchgeführt. Ich werde den Hacking-Pattern mit dem Hacking-Pattern verabschieden. Ich werde den Hacking-Pattern mit dem Hacking-Pattern berücksichtigen. Ich habe den Hacking-Pattern mit dem Hacking-Pattern. Ich werde das Schmack-Pattern mit dem Hacking-Pattern berätta. Ich werde die Überlegung ein Abwehr-Pattern mit den Hacking-Pattern gerückt. Das ist das nochtester. Schnell mal ein bisschen heilen. Oh, dude. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Ob man sich irgendwie schützen kann, blocken oder sowas, nix. Gut, man könnte ewig in der Luft bleiben, aber wenn du natürlich vorher schon ewig in der Luft geblieben bist, dann kommst du natürlich runter. Dann bist du in dieser Wende drin und dann bist du tot. Hm. Das ist echt... Das ist echt Wahnsinn. Na wenigstens fangen wir direkt hier wieder an. Ich seh nix. Was soll die so blöde Kamera führen hier manchmal? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Du bist nicht schön, du bist es nicht. Oh, oh, oh. Ich werde wieder weggehen hier. Oh, oh, oh. 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 Da kam der auch direkt zu mir gesprungen, ey. Das hab ich echt nicht mitkommen sehen. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Danke für diese Rückendeckung. Was müssen wir mit den Androiden machen? Okay. Heftig. Oh, Feierkraft plus 3 erhalten. Sehr schön. Große Erholung. Und nochmal Feierkraft plus 3. Sehr schön. Wunderbar! Ja, wir haben diese Operettenmaschine besiegt. Echt ein klasse Einfall. Also hier muss ich ja schon echt langsam sagen, das Spiel begeistert mich mehr und mehr. Also das ist echt klasse. Das ist cool. Hat mir jetzt echt super gefallen. Ich hoffe euch auch. Hey, da sind wir einmal dabei gestorben, aber dann haben wir es doch geschafft. Ich weiß nicht, wie das auf schwer sein soll. Also beziehungsweise auf extrem. Ich weiß gar nicht. Sehr schwer. Gibt's glaube ich ja auch. Das ist ja... Hallo! Bei den Haufen Blubberblasen, die da auf einen zukommen. Sonst war es alles an Strahlen und sowas. Keine Ahnung. Da hat man doch null Chancen dann. Keine Ahnung, wie man das dann schaffen soll. Also auf Mittel, das reicht einwandfrei. Da muss man echt nicht schweriger spielen. Das ist schon schwer genug. Ähm... Ja. Ich hoffe es gefällt euch. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben geben dafür. Und auch ein Abo hergeben, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ihr wollt keinen Teil verpassen. Dann heiße ich euch auch wieder beim nächsten Teil wieder herzlich willkommen. Und ja, viel Spaß bei mir auf die YouTube-Seite. Und mit meinen anderen Let's Plays hoffentlich auch. Und ja, das war Nier Automata. Mit von Neuer Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss!